Hallo, Rosi Schawinski! Und das ist meine neue Arbeitgeber. Und da haben alle Freude, dass ich nach 40 Jahren wieder umgekommen arbeite. Das ist für die Sicherheit, damit niemand hier rein kann. Hallo, ich bin Rosi Schawinski. Lass mich bitte hier. Hallo, hallo. Oh, ja, Elektronik. Finde ich gut. Das ist die Kantine von meinem neuen Sender. Rosi Schawinski, neue Mitarbeiter. Freut mich sehr. Weisst du, das Essen war gut? Wunderbar. Er hat die Ravioli gegessen, die ich vor 40 Jahren untersucht habe. Hallo, Rosi Schawinski. Sie wollen jetzt das Menü. You can get it if you really want. Das Bichermäuschen habe ich vor 40 Jahren im Kassensturz untersucht. Und es hat hier schon Salmonelle drin gehabt. Finde ich gut. Hallo, Rosi Schawinski. Ihr habt hier eine Kasse vom Kassensturz. Die Kassen habe ich erfunden. Nächsten Sommer habe ich eine Sendung. Am Montag. Jeden Montagabend. Montag ist Tag Nummer eins der Woche. Number one ist für mich. Das ist das WC vom Volopolsender, SF. Hello, Rosi Schawinski. Okay. Mein Büro ist im ersten Stock. Büro number one. Eigentlich hätte ich gerne mein Büro im 24. Stock. Mit der Telefonnummer 24, 24, 24, 24. Aber leider hat das Haus nur 12 Stöcke. Aber 12 ist die Hälfte von 24. Der Parkplatz ist jetzt noch am Ruetimatter. Wer weiss, wie lange. Warum? Meine Schweiz. Mein Fernsehen. Mein Monopol. Finde ich gut. Let's get ready for it. Das war's. Wer trägt. Wer in 라고.